Herzlich willkommen bei einer neuen astrologischen Analyse. Und heute schauen wir uns aus aktuellem Anlass das Attentat auf Donald Trump an. Da geht es mir heute bei dem Video vor allem darum, dass man einmal sieht, wie klar die astrologische Sprache ist, wie präzise man da Dinge deuten kann und auch umsetzen kann. Und wir werden uns heute das Horoskop anschauen. Wir haben eben da das Geburtshoroskop von Donald Trump. Das siehst du innen am Bildschirm. Und außen, in diesem äußeren Kreis, sind die Transite, die sogenannten Transite. Und ein Transit bedeutet einfach nur, man nimmt die aktuellen Planetenstände und setzt sie in Bezug auf das Geburtshoroskop. Also zu deiner Geburt stehen ja die Planeten in einer gewissen Konstellation, an gewissen Stellen. Und ein Transit bedeutet, es wird halt eine Beziehung hergestellt, wie man hier sieht auf diesem Radix, zwischen deinem Geburtshoroskop und dem aktuellen Planetenstand. Und diese Beziehungen basieren eigentlich auf dieser mathematischen Einteilung, das sind Winkelgrade. Weil ein Radix ist ein Kreis, hat 360 Grad. Und deshalb sind so diese Transite, sind dann Winkelbeziehungen. Und da gibt es unterstützende, positive Winkelbeziehungen. Und dann gibt es aber auch belastende Winkelbeziehungen oder Spannungsaspekte. Ein Quadrat zum Beispiel, wenn man sagt, okay, 360 Grad hat ein Kreis. Quadrat, was ist das? Der Kreis dividiert durch 4, also 360 dividiert durch 4 ist gleich 90 Grad. Umkehrrechnung, 4 mal 9, 36, also 360. Das bedeutet einfach, das ist ein Spannungsaspekt. Nur mal vormerken. Und ein Sextil, das werden wir nachher auch gleich hören, ist dann halt quasi der Kreis durch 6. Und hat damit 60 Grad und ist ein fördernder, positiver Aspekt. Und das spielt jetzt dann gleich noch eine Rolle, wenn wir uns das anschauen. Wenn wir mal sehen, das Horoskop von Donald Trump fällt vor allem einmal auf. Und das ist jetzt auch der kardinale Punkt und das ist auch das Wichtigste in diesem Horoskop. Wir haben Mars Uranus im Stier. Das haben wir mondan, das hörst du immer wieder. Das ist eben diese plötzliche Änderung, diese Explosion auch im Außen, was man mondan sehen kann. Eskalation von Konflikten, dass sich da Krisen verstärken können. Hast du sicher gehört in letzter Zeit. Und diese Konstellation hat Donald Trump in seinem Berufshaus stehen. Das heißt, im zehnten Haus, im Bestimmungshaus wird er bestimmen. Was bedeutet Mars Uranus? Der Mars ist grundsätzlich einmal Kraft, Power, Lebensenergie. Also etwas nach vorne drängendes, etwas Aktives. Und das trifft auf Uranus, ebenso ein aktives Prinzip. Und das ist die plötzliche Veränderung, die plötzliche Freiwerdung. Als Analogie kann man nehmen, das ist der Knall, die Explosion. Das ist eine Art revolutionäre Energie auch. Also das Einsetzen auch für das Richtige. Aber grundsätzlich Knall, Explosion, etwas Plötzliches, Unerwartetes. Darum sollte man da immer aufpassen bei solchen Konstellationen im Straßenverkehr. Bei Bedienung von Maschinen, also man sollte nichts überhudeln, hast du schon 100 Mal gehört. Und jetzt hat Donald Trump diese Konstellation, und die hat ja jeder stehen, ist ja nicht nur Trump. Jetzt ist hoffentlich auf dich am Samstag nicht geschossen worden. Aber jeder hat diese Konstellation stehen. Die Frage ist nur, wie manifestiert sie sich und wie wirkt das? Und jetzt haben wir eben diese plötzliche Wendung im Berufshaus von Donald Trump. Und wenn wir aber gleich einmal wissen wollen, hey, was tut sich denn da? Wie geht denn das generell einmal aus? Dann kann man sagen, diese Mars-Uranus, dieses Ereignis, hat ein Sextil zur Venus von Donald Trump. Und Venus, kann man sagen, ist, also Venus ist in dem Fall auch die Stier-Venus, das heißt auch das Berufshaus noch einmal, aber auch der Körper. Ich weiß, das sind jetzt so viele Analogien, aber du kannst dir vorstellen, durch das, dass das zehnte Haus von Donald Trump stierisch geprägt ist, ist das so sein Bestimmungshaus und Berufshaus, aber auch in der Analogie ist der Stier der Körper. Und jetzt hat der Körper in Donald Trump, das steht da so im Zwölferhaus drinnen, diese Venus, wenn du dir das anschaust, da ist ein Sextil hin. Das heißt, Mars-Uranus, dieses Attentat, diese Explosion, macht ein Sextil zum Körper. Das ist etwas unterstützend Förderndes, das heißt, das geht grundsätzlich mal gut aus. Also das ist jetzt noch nicht, die Bedrohung steht schon auch drinnen, aber das ist eigentlich einmal eine Erleichterung dieser explosiven und gefährlichen Situation. Das heißt, dieses Sextil zur Venus, wenn das anders gestanden wäre, wäre es wahrscheinlich haarig. Er hat noch andere Glückskonstellationen drauf gehabt an diesem Tag, nämlich den Jupiter in Konjunktur, also er hat den transistierenden Jupiter, hat da ein Halbquadrat zur Venus hingemacht, aber Jupiter ist ja eben auch noch einmal gut und unterstützend. Und auch noch einmal ein Sextil zu Pluto von Donald Trump, das heißt, da ist durchaus mal so dieser, unter Anführungszeichen, Glücksplanet mit beteiligt und das ist natürlich dann schon auch wieder ein Zeichen für einen positiven Ausgang. Dass das eine Gewalttat ist, sieht man, dass der Mars ein Quadrat und auch der Uranus ein Quadrat zu Mars von Donald Trump machen. Das heißt, dieser Anschlag und der Mars von Donald Trump steht ja bitte im ersten Haus, das heißt in seiner Lebensenergie. Dieser Mars, diese Energie, also transistierender Mars und Uranus machen ein Quadrat zu seinem Mars und das ist eine Bedrohung für die Lebensenergie. Also das ist auf jeden Fall etwas, das wirkt ganz klar sichtbar, das wird auch erscheinen und das ist einfach eine brandgefährliche Situation gewesen. Und meiner Meinung nach, wenn dieses Sextil da nicht drauf wäre, hätte das anders ausgehen können. Zusätzlich zu diesen wirklich schon schwierigen Konstellationen hat Trump auch noch Saturn-Auslösungen. Saturn im Quadrat zum Mond, Saturn im Quadrat zu seinem Geburts-Uranus. Und das bedeutet einfach auch noch einmal, Saturn ist immer die Prüfung, ist die Einschränkung. Und da merkt man einfach schon noch einmal, dass da, also Mars-Uranus ist schon so eine spannende Konstellation, weil da zerbricht oft einmal was, da will sich etwas freisetzen. Und der, ja, das heißt, da hat er schon eine Veränderung mit drinnen. Und Uranus ist natürlich auch, wo er die Sonne stehen hat, im 11. Haus, ist halt da auch mit drinnen. Quasi das, wie wirklich in der Menge, da kann es auch sein, dass die Außenwirkung sich da auch noch einmal verändert, dass man plötzlich anders dasteht, dass man plötzlich eine andere Energie, eine andere Mischung reinkriegt. Also du siehst, dass dieses Attentat an sich und diese Energie, die da frei wurde, diese Gewalt, die da drinnen, die da freigesetzt wurde, durchaus auch astrologisch sichtbar ist und auch umsetzbar ist. Und jetzt von der Bedeutung her würde ich wirklich sagen, dass das für Donald Trump ein Berufsereignis ist, dass natürlich durchaus, wenn man jetzt die Wahl sieht, und das ist jetzt meine persönliche Meinung und Interpretation, sieht man nicht im Horoskop, aber das könnte durchaus die Wahl so beeinflussen, dass man sagt, okay, Donald Trump kriegt jetzt seine zweite Amtszeit als US-Präsident. Also es ist durchaus möglich. Und nochmal, es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, war, Trump ist jetzt gut oder ist schlecht, sondern es geht nur darum, dass man sieht es astrologisch, was sich da abspielt. Und deshalb ist halt auch diese astrologische Sprache so präzise und so interessant, finde ich jetzt. Und ja, das wäre es einmal für heute gewesen. Wie siehst du das? Was tut sich bei dir? Spürst du vielleicht Stier-Uranus, also Stier-Uranus sage ich, Mars-Uranus im Stier gerade noch? Oder hast du am Wochenende irgendwelche Erlebnisse gehabt, die dich recht durchgewirbelt haben? Kannst dir mal schauen, wo dann dein Stierhaus im Geburtshoroskop ist. Und wenn du dir da nicht sicher bist, kannst du dir natürlich gerne bei mir einen Termin mal ausmachen, auf eine persönliche Sitzung per Zoom, dann können wir dein Geburtshoroskop mal durchanalysieren mit aktuellen Transiten oder auch gerne mal deine Lebensthemen oder Jahresthemen gerne auch schriftlich bestellen über meine Homepage. Die Links sind in der Beschreibung. Ich freue mich über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile das Video und wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Arrini. Tschüss, bis nächstes Mal.